Jawohl, bis nächstem Mal. Hehehehehe Oh Und noch ein paar Oh Rocket Launcher Cool Feuer werden wir werden Das Imperium hatte keine Ahnung, was sie erfinden werden. Gut, sie dürfen nie erfahren, dass der Pfad hier war. Mach dich kampfbereit. Fahre ich nächstes Mal aus. Konfettier dich! Es geht ein Ringling! Die machen uns keinen Ärger mehr. Wow. Oh cool. Ne, da... Bin ich ja fast in die falsche Rätung gelaufen. Sackgasse! Kämpfen wir? Vertraust du mir? Natürlich! Oh, jetzt kommt Marvel noch ins Spiel. Dr. Strange. Vertraust du mir? Ja. Oh, 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 oh. Habe ich es nicht gesagt am Anfang vom Spiel? Und auch am Ende vom ersten Teil. Ja, weiter jetzt. Bevor die Schminke abgeht. Nein. Für mich. Mhm. Okay. Oh. Wir werden hier nicht sterben. Was mache ich denn da? Das ist unglaublich. Wow. Das ist aber geil. Das ist aber geil. Du schaffst das, kommt hin! Ach, was? Dieses Ding muss eine Schwäche haben. Oh, gehen wir mal gucken, ne? Da. Ja. Nicht übel, Kerl! Dank mir nicht zu früh! Woho! Ach, das läuft ja wie am Schnürchen. Oh! Na! Kaum gesagt. Verpasse ich denn mehr. Sehr knapp. So können wir nicht weitermachen. Ich hab eine Idee! Ich brauch eine Chance! Hä? Achso! Ist das geil gemacht, oder? Was genau? Mächtiger Badabum! Wir kommen zurück aus der Werbung! Halt! Loot? Ne! Dann Lows! Hä? Das war doch gar nichts! Ah! Verdammt! Okay! Ich hab ihn gesehen! Dann nochmal! Auch die Musik dabei ist ziemlich passend. Was hast du das gemacht? Es ist ein Ritual, das ich nach meiner Rückkehr nach Datum mir entdeckt habe. Es ist anstrengend. Alles okay? Mir geht's gut. Komm schon! Bringen wir diese Codes zu Sia. Ähm... Abkürzung? Was wolltest du? Wolltest du was kennen? Nein. Hm. Na, da war doch mal wieder eine interessante und spannende Mission. Echt ein geiles Spiel, ey. Kann man nicht meckern. So, unsere Reitvieher waren hier, ne? Jawoll! Ah! Kommst du? Oh! Das riecht noch Ärger! Schnell vorbei! Oh! Da kommen wir töten! Oh! Oh! Steig ab! Steig ab! Steig ab! Jetzt! bei mir gehen! Entschuldigen! Entschuldigen! Was serait klar! Achte sono Comics?! wo du hin gehst was mit dir denn auf mich zu schießen auch gut, nur ganz... boah das ist wahnsinnig warm oder? ich hab hier drin 28 grad ja aber geht ich hab daneben einen Lüfter stehen also eine Klimaanlage wo ich aber die Kühlung ausgemacht hab nur Luft und dann gehts bin nur auf der Suche morgen... ah ok ich hab diese Woche Urlaub ich bin nicht da ich würde an eurer Stelle nicht tagsüber reisen die Präsenz des Imperiums ist stärker geworden ein weiser Rad ich stehe in eurer Schuld wo müssen wir doch wieso ist das? guck mal boah da müssen wir hin ja sicher ja sicher was? warte mal was sind dessen die Verknöpfe und? Geld ein Kombo sehr gut ich bin nicht gelettet ja dann... gehen wir mal weiter, wa? ach da ist mein Reitvieh ich weiß nicht mehr wo wir hergekommen sind ja vorwärts war das hier irgendwo an dem Meditationspunkt wooh oh man gehen wir war das nicht sogar durch die Tür wenn du auf die karte gucken ja was ist dann wasser einfach nur wasser versperrter weg ja dann kommen wir da auch noch hin was ist hier ein gerücht abkommt wenn wir schon mal da sind wo ab und drei von den vier ja das ist wasser jetzt ja ein gerücht nichts zu suchen Ah, wo ich gerade sehe, dass ich nur noch halbe Energie habe. Wo mache ich das noch? Ah ja. Nach oben. So. Kann ich von den Viechern aus auch springen? Muss ich das? Ja, da vorne ist... Eine Kratzwand. Aha. Vitamin. So, was gibt es denn hier zu entdecken? Fahrt der Hartnäckigkeit. Na, genau mein Ding. Das ist der Rückweg. Okay. Alter. Kann ich das schon sehen, ne? Damn, boy. Ja, mal schauen. Ja, natürlich. Natürlich. Sind ja überall gesucht. Ich bin nichts besseres als Berufe, in denen man Menschen ausbeuten kann. Oh, da fehlt was da oben. Da fehlt was da oben. Aha. Was mache ich eigentlich mit denen, den Viechern da. Keine Ahnung. Gehen wir mal hier hoch. phoria, was? Was mache ich denn hier? Vorsicht! Fahrt in der Nähe. Drück, drück. Drück, 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 drück. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. sehr clever beim abkürzung das gibt es hier noch nichts gegner nähern sich wieso kann sie sich bewegen möge die macht mit dir sein jetzt geht die kugel ich glaube das hat geholfen gewonnen bei haute lukas ja aber was hat sich da jetzt getan hier vielleicht es ist da oben ach so ein flug wo ich mit fliegen können jetzt muss ich nur noch hochkommen was hat sich da jetzt geöffnet und wo sehr gut geben wir ihr ein zuhause ins archiv was ist denn das gerücht in der nördlichen wüste von jada gibt es ruinen die meister cordova einst besucht hat vielleicht könntest du seine spuren folgen ja vielleicht vielleicht aber auch nicht da oben da ist was kann ich von hier wahrscheinlich da hoch jumpen ja dann da bin ich aufgepasst da ist wohl was runter geklappt oder so wie zu daher soll ich noch hochkommen wo dieses viele versperrter weg warum da muss ich wohl mal brauche ich meditationspunkt das lichtschwert aussuchen können das ist ja nur anpassung da kannst du ja blaster die kann ich aber nicht benutzen verdammt ja dann sind wir hier noch falsch von gestern meditationspunkt heute runter geht kannst du links glaube ich ja welches links also ich glaube ich muss meinen blaster ausrüsten und das teil dahin kaputt zu schießen ich hole mal eben das so ein blaster und dann gucken wir mal ich frage mich schon die ganze zeit was diese teile davon wir wollen diese fliegenden vielleicht ist es ja tatsächlich irgendwas wo ich abschießen muss um weg frei zu machen jetzt wieder hoch verdammt hier jawohl ich muss meine mitte finden kannst du also den da den brauche ich eigentlich nicht da können wir den blaster mitnehmen so bist du fertig ja alles bereit können wir mal testen wie schieß ich noch ne ok gut dann gehen wir nochmal gucken was du meintest also hier mal auf keinen fall ich hab's mal eben gucken ob ich das viele zielbund drauf ja hier ach so von dem darüber verstehe verstehe das paddel aus der höhle da kann ich doch schneller hoch ne falscher so oder ich bin verwirrt war das doch da drüben ja ich kann doch nicht doch ich kann um sechs springen oh gott oh gott das wird doch nichts ah ich muss die duke da wieder öffnen quasi die kugel ja genau den ball zurück so das hat geholfen ha 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 hast recht gehört diga so da fähigkeiten punkt was mit euch holt ihr auch stress ha 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 blockiere ha 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 genau er gibt dich oh oh noch mehr kugel der pilgermond verzaubert und erfreut mich immer wieder diese prüfungen stammen von denen die machtnutzer verehrt haben aber zu welchem zweck frage ich mich denen lügen nicht erforsche die ruine im morden der wüste nur noch bewegung drin kein loot bisschen was wäre doch schon dringend gewesen oder so wo müssen wir hin ist er irgendwo eingegangen oder so oh oh ich glaub ich mach grad nen fehler oder so es nicht oder so wenn du lass dass du oder es ist jetzt abgeschlossen also fertig ja schade ich dachte geht es jetzt in der geile höhle rein oder irgendwas wenn ich mit dem vier schön weit fliegen können die gang da unten vier stück ich mach euch platt keine gefahr stark sind sie da kann man nichts sagen blaue zunge so ausgang muss jetzt mal eben gucken ja ist hier immer wieder zurück in das saloon wir treffen uns drinnen achso ne wir sind ja da in der in der ding in unserem hauptquartier auf diesem planeten ach ne da oben gehts raus wo ist hier hin unbekanntes terrain oh wie geil ist das denn da muss ich unbedingt fahren damit erstmal nach loot gucken oh wie cool ich dachte die gibt es nur auf endo ne sonst ist ja nix alte aratec speederbikes während der klonkrieger habe ich viele davon gesehen ich bin aber nie eins gefahren ja los oh digger alles kommt doch wahrscheinlich noch im laufe des spiels ja da ist noch dicht oh geil freu ich mich so genau fahrstuhl so war das und dann war das hier hier aha genau so einen punkt hätten wir können wir mal gucken was haben wir denn im angebot ich müsste liquid nachfüllen ich hole mal eben liquid bin sofort wieder da unbekannte so am w the öffner und also ah wir Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja geil jetzt genauso wie das wo ich am anfang hatte das sind zwei punkte 22 einer ja ja komm wenn wir die blaster schon ausgerüstet haben dann stellen wir auch sicher dass er sich schneller nach lädt so ok kann weitergehen zu wem zu ihm komm mir schon rum einander marke ja zur rechten zeit mir ist ein zweiter ort eingefallen den ihr erkunden könntet noch ein tempel genau dieser befindet sich im süden der wüste und ist recht prächtig bei meinem besuch spürte ich den druck der vergangenheit auf mir lasten dir wird es bestimmt auch so ergehen klingt unglaublich ich denke schon obgleich es sicher einfacher war bevor das imperium seine präsenz hier verstärkt hat die ruinen im süden ok